Finanzmarktwelt.de, Ihr Auge im Zentrum der Finanzen. Schweizer Franken überschreitet Parität zum Euro, die Gründe. Der Schweizer Franken wertet weiter auf und hat die Parität zum Euro sogar überschritten. Noch am 16. Juni lag der Euro-Schweizer-Franken-Wechselkurs bei 1,0390. Seitdem hat sich einiges getan. Schweizer Franken zeigt deutliche Aufwertung, die Gründe. Am 16. Juni gab es das große, überraschende Ereignis, das den Run auf den Schweizer Franken ausgelöst hat. Die Schweizerische Nationalbank, SMB, hatte plötzlich den Leitzins um 50 Basispunkte angehoben. Von minus 0,75 auf minus 0,25 Prozent. Das war die erste Zinsanhebung in der Schweiz seit dem Jahr 2007. Damit wurde der Franken gegenüber dem Euro attraktiver. Die SMB begründete ihre Entscheidung damit, dass die Inflation in der Schweiz über ihr Ziel von 0 bis 2 Prozent gestiegen sei. Man folgte damit auch den anderen Zentralbanken, die ihre Politik weiter verschärft haben, da die Inflation weiter steigt. Die SMB signalisierte am 16. Juni auch, dass weitere Zinserhöhungen nicht auszuschließen sind, was dem Schweizer Franken weiter Auftrieb verleihen könnte. Als Begründung für den aktuellen Auftrieb im Franken kann man auch eine zunehmende Rezessionsangst für die Eurozone anführen. In so einem Fall flieht man lieber vom Euro in einen sicheren Hafen. Und was liegt da näher als der gute alte Schweizer Franken? Dieser Hintergedanke dürfte derzeit die Frankenaufwertung unterstützen, wie auch charttechnische Aspekte. Vorsicht ist geboten bei Franken Long Trades. Man sollte vorsichtig sein, wenn man jetzt auf diesem Kursniveau auf eine weitere Aufwertung des Schweizer Franken spekulieren möchte. Abhalten will ich natürlich niemanden von einer Spekulation, Gott bewahre. Jeder entscheide selbst über sein Glück. Aber man lese doch bitte hier und jetzt nochmal folgenden Analystenkommentar von Ipek Oshkadeschkaya vom Broker Swissquote. Zitat vom 17. Juni. Da stand Euro-Schweizer Franken bei 1,0189. Und da das Ziel der SMB-Maßnahmen darin besteht, die Inflation durch eine stärkere Währung zu zähmen, werde der Franken mittelfristig wahrscheinlich aufwerten. Die Frage sei nur, um wie viel. 90% der Gewinne der im Schweizer SMI-Index enthaltenen Unternehmen werden laut Aussage von Ipek Oshkadeschkaya im Ausland erwirtschaftet und der starke Schweizer Franken wirke sich eindeutig negativ auf die Gewinne der Schweizer Unternehmen aus. Daher werde die Politik der SMB die heimische Währung aufwerten lassen, aber nicht zu stark. Infolgedessen habe der Schweizer Franken sicherlich ein begrenztes Aufwärtspotenzial, selbst bei einer horkischen Zentralbankpolitik. In dieser Hinsicht werde ein Fall unter die Euro-Frankenparität die SMB wahrscheinlich dazu veranlassen, Schweizer Franken zu verkaufen, um zu verhindern, dass die Währung zu stark wird und um die Volatilität niedrig zu halten. Und die SMB habe unbegrenzte Macht, wenn es um Devisengeschäfte geht, da die Zentralbank so viel Franken drucken und verkaufen kann wie nötig. Finanzmarktwelt.de – Ihr Auge im Zentrum der Finanzen